Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks und hier mit einem angeschlagenen Alcaram, weil es tut mir leid, ich bin immer noch etwas am kränkeln, will euch aber gleich mein neuestes Baby oder mein neuestes Schätzchen in der Garage präsentieren, und zwar den Tier 9 Leopard PTA mittlerer Panzer der Deutschen. Ich habe ihn noch nicht lange, dementsprechend bin ich auch noch kein Meister damit, aber ich gebe mein Bestes, euch den zu zeigen und zu präsentieren, wie es ihm gebührt. So, wir sehen schon, Kartemoor im 10er, 9er, mini 8er Gefecht noch. Standard und die Teams einigermaßen ausgeglichen, würde ich sagen. Da gucken wir doch einfach mal, was, wenn so machbar ist. Er ist so tendenziell gefühlt, würde ich mittlerweile sagen, eher der Medium Sniper von hinten. Also, die Panzerung ist schon sehr weak, aber er macht netten Schaden für den Medium und hat eine vernünftige Kanone. Das ist so zumindest meine prinzipielle Erfahrung, aber ich bin definitiv noch nicht so gut mit ihm, um da jetzt schon so ein großes Meinungsbild zu haben. Auf jeden Fall hat er eine schöne und ordentliche Geschwindigkeit, wie man hier auch im Vergleich zu den anderen Panzern so sieht. Ein guter Antritt hat er. Gun Depression könnte meines Erachtens noch einen Ticken besser sein, aber wie gesagt, die haben wir auf höchstem Niveau. So, da haben wir doch gleich mal knapp 400er Schelle verpasst. Und auch sollte sich da nicht zu weit vorpreschen, was schon mal ein schönes, Gegner haben keine Artie, deswegen hier braucht man nicht sonderlich Artie safe sein. Der VK. Ja, ob wir Bots sind, ja klar. Also hier, ich würde definitiv nicht empfehlen, hier so weit vorzupreschen, gerade wenn der Spielverlauf jetzt noch nicht so wirklich sichtbar ist. Aber, dadurch, dass wir praktisch jetzt hier drüben Lorraine haben, die da schon ein bisschen... Genau, die Lorraine und der E50. So, Bulldog ist ein bisschen pissig, aber wie gesagt, verstehe ich jetzt ehrlicherweise nicht so sonderlich. Weil der Scout, den er hier vorne gemacht hat, war auch nicht sinnvoll. Er hat nichts aufbekommen oder nicht mehr gemacht. Das ist wirklich zielführend war. So. Lorraine ist drüben noch im Reload. Keine Gegner offen aktuell, die beschießbar wären. Leider. Man sieht aber, Bulldog ist noch kräftig am pingeln, also er ist noch emotional im Spiel verwurzelt. Gegner werden sich meines Erachtens hinten sehr, sehr groß eingraben. Deswegen sind unsere Gegner hier, oder unsere Leute. Bulldog kommt gleich mal auf meine Ignore-Liste. Der spammt mir einfach zu viel, das ist zu anstrengend. So. Ach ne, das war ja noch. So, zur schwarzen Liste. Schau mal, was hier weiter passiert. Mit den beiden Sitzenden sind im Plan. Das ist schon mal immer eine schöne Ausgangsposition. Natürlich Objekt gleich von vorne. War zu erwarten, dass wenn man hier einen etwas größeren Gucker macht, gleich vom TD eingeschenkt bekommt. Oh. Der E4. Den brauche ich jetzt nicht sonderlich. Da hauen wir doch auch mal ab. Beziehungsweise, der E4 wird es hoffentlich, hoffentlich für mich, nicht hoffentlich für die Leute, genau hier auf die anderen gehen. Wirkungstreffer. Komm, E3, pack den Schuss. Lorraine macht den gerade weg, so wie es aussieht. Sehr gut. Jetzt noch nicht zu früh hochfahren. Nochmal einen TD-Schuss will ich jetzt nicht unbedingt abbekommen. Hat die Lorraine schön gemacht von da drüben. Mal blind rüber geschossen. Dürfte wahrscheinlich zwar ein Hit gewesen sein, aber kein Durchschlag. Patten ist weg. Jetzt stehen da nur noch die fiesen, bösen TDs da hinten. Ich werde mich jetzt aber eher mal da drüben noch Richtung den Mediums begeben, weil da sehe ich noch Potenzial für Hilfe. Beziehungsweise, den lassen wir natürlich nicht entgehen, da mal drauf zu schießen und auch zu durchschlagen. So, der T-54 schießt hier schon ordentlich. Könnte auch jetzt leer sein. Aber so angreifen werde ich jetzt nicht, weil da bin ich jetzt doch direkt wieder von den TDs gefährdet. So, Zenturion ist dann da weg. Jetzt ist nur noch die Frage, wo der AMX ist. War ja hier auch mal Zugange, aber hat wohl Hakengas gegeben. Da ist er doch. Also die beiden können jetzt wirklich mal ein bisschen weiter fahren. So, jetzt versuche ich mal auf den T-54 bisschen so zu kommen, dass ich zwar nicht von den TDs gehittet werden kann, aber hier auf den T-54 komme. So, in etwa. So, da ist er erledigt. Und jetzt an den Schuh und schauen, ob ich noch einen Hit bekomme. Objekt ist tot. Jetzt gibt es nur noch den E-4. Hätte ich jetzt eigentlich auch HE laden können. Aber wenn er so fährt wie jetzt. Dann ist das mein Kill. Zwei Kills gemacht, 2900 Schaden. Man hat ein bisschen das Spiel gesehen. Und ich glaube, den Panzer konnte ich auch gut zeigen und präsentieren. Wir schauen uns einfach noch mal das Endresultat an. Zweiter Klasse ist doch in Ordnung. Mit 14.000 gehen wir nach Hause. Bin auf Platz 3 im Schaden, auf Platz 3 in den XP und auf Platz 4, so sieht es zumindest aus, im Schaden. Und der ausführliche Bericht sagt 44.000 erhalten. Ein bisschen Abzug, Munition und Fahrzeug sowie 14.000 Gewinn gemacht. Schaden ermöglicht auch ein bisschen was. Und ja, Direkttreffer sowie Durchschläge, alles gut. Ich hoffe, ich konnte euch den Panzer ein bisschen zeigen und ihr seht es mir nach, dass ich etwas kränke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über jeden Daumen und über jeden Kommentar. Denkt dran, jeder Abonnent, der kommentiert, kann Bonus-Codes gewinnen. Also macht's mit. Ich freue mich. Bis bald. Euer PTA Karamba. Euer PTA Karamba.